Die Hauskatze eines kriminellen Syndikats zu rasieren wäre voll extrem. So extrem, dass sie nicht garantiert zum Ehrenmitglied erneut. Na, dann wollen wir doch mal. Was soll das denn? Das ist ja nur eine Stoffkatze. Aber wo ist denn die echte Kitty? Oh, egal. Lol, das sieht nach einer großen Katze aus. Ja, vielleicht kriegen wir die ja auch rasiert. Was hast du getan? Das wird dem Boss aber nicht gefallen. Abwarten. Und jetzt kommt der Boss. Sitzt meine Frisur? Was? Was für eine Frage. Natürlich. Natürlich ist sie. Äh, Schwarzkopf, Dreiwettertag. Was? Wer? Was soll das? Wo ist der Boss? Hinter dieser Verrückten da? Ich habe einen Eindringling erwischt. Arme Kitty. Arme Kitty. Kitty, Kitty, Kitty. Dieser kleine Nichtsnutz hat Kitty rasiert. Wie sollen wir mit ihm verfahren? Das war auch mein Gedanke. Aber, äh, das sind doch nur Zuckungen. Diese Frau leidet unter Spasmen. Ticke. Bravo. Jetzt hast du sie vollständig verärgert. Also, noch irgendwelche letzten Worte? Was hat sie gesagt? Liegt das nicht auf der Hand? Dass ich begnadigt werde? Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Das ist ein Nein. Haha. Und ich dachte schon. Also, ja, nein. Ticke. Ja. Hehe. Nein. Genau. Sag mir endlich, was dieses Zwinkern bedeutet. Hehe. Rate doch mal. Dass ich begnadigt werde? Wie jetzt? Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Hehe. Das ist ein Nein. Haha. Und ich dachte schon. Ich habe Donner ein Angebot zu unterbreiten. Ja. Hehe. Genau. Okay, warte. Jetzt muss ich überlegen. Jetzt kommt ein Ja. Gnade. Hehe. Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Das ist ein Nein. Haha. Und ich dachte schon. Also, es ist Ja, Nein, Nein. Jetzt kam ein Nein. Oder? Ein schneller, schmerzhafter Tod ist immer noch besser, als diese Farce weiter erdulden zu müssen. Ticke. Hehe. Genau. Dann sind wir uns ja einig. Wartet mal. Es ist noch nicht zu spät, um Freunde zu werden. Sag Tschüss, Rufus. Hm. Keine Ahnung. Oh oh. Das war unangenehm. Hä? Ich muss ja... Irgendwie muss ich ja an die Turnierhand kommen. Nein. Das ist Minigay? Was zum... Siehst du, was ich sehe, Donner? Offenbar hat ihm einmal nicht ausgetaucht. Das ist ein Ja. Das ist ein Nein. Wie sollen wir mit ihm verfahren? Nochmal? Hehe. Genau. Das war auch mein Gedanke. Jetzt kommt ein Ja. Gnade. Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Nee. Haha. Und ich dachte schon. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Ticke. Hehe. Genau. Ich weiß nicht, was dieses Ticke soll. Also. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Jetzt kommt ein Ja. Ja. Hehehe. Okay. Donner ist ganz hoher. Ich könnte euch die Datasetten mit dem Aufstiegs-Code gesäuhen. Mäh, he he. Was ist das? Nein. Donner sagt nein. Ja. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Ticke. Genau. Ich habe noch ein weiteres Angebot. So weit sind wir schon. Jetzt kommt ein NEIN. Vergesst es. Ich verhandle nicht mit Verbrechern. Wie du willst. So. Jetzt kommt ein NEIN. Nein. Ja, so weit war ich auch schon. Was habt ihr denn überhaupt mit mir vor? Ich habe noch ein weiteres Angebot. Okay, Donna ist ganz ohr. Ich gebe euch Geld. Viel Geld. Donna sagt NEIN. Na, ne? Ticke. Hehehe, genau. Na, ne? Jetzt kommt ein JA. Wie jetzt? Aber der fragt ja immer nach, der Penner. Ist das dein Ernst? Haha, und ich dachte schon. Was habt ihr denn überhaupt mit mir vor? Ticke. Jetzt kommt Ticke. Und der sagt immer nur haha, genau. Gott, wenn man zu doof ist, zum Termini spielen, ne? So, ich habe ein weiteres Angebot. Jetzt kommt JA. Okay. Donna ist ganz ohr. Ich könnte doch bei euch einsteigen. Das ist ein NEIN. Donna sagt NEIN. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Hehehe. Hehehe, genau. Ich weiß nicht, was diese Ticke bedeutet. Also das ist JA. Okay. Donna ist ganz ohr. Vergesst es. Ich verhandle nicht mit Verbrechern. Wie du willst. Warum kann die sich jetzt nicht schütteln? Jetzt kommt Gnade, jetzt sagt die NEIN. Donna sagt NEIN. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Ticke. Hehehe. Genau. Sag mir endlich, was dieses Zwinkern bedeutet. Hehehe. Rate doch mal. Ich ziehe die Frage zurück. Umso besser. Sag mir. Hehehe. Dass ich zu Haifischfutter verarbeitet werde? Hehehe. Bravo. Du hast es erraten. Juhu. Juhu. Könnte ich jetzt endlich mal erfahren, was ihr mit mir vorhabt? Hehehe. Donner sagt. Nein. Was habt ihr denn überhaupt mit mir vor? Hehehe. Hehehe. Genau. Ich komme nicht weiter. Schauen wir endlich, was dieses Zwinkern bedeutet. Hehehe. Hehehe. Rate doch mal. Jetzt kommt ein Ja. Dass ich zu Haifischfutter verarbeitet werde? Hehehe. Hehehe. Du hast es erraten. Juhu. Hehehe. Juhu. Ja. Das ist nicht gut. Das weiß ich. Hehehe. Gnade. Jetzt kommt ein Nein, oder? Donner sagt nein. Das war nein. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Genau. Ich komme nicht weiter. Wie jetzt? Eine Begnadigung? Warum frag ich immer nach? Haha, und ich dachte schon. Jetzt kommt dieses Ticke. Das kann ich nicht gebrauchen. Da sagt er nur, haha, genau. Hehe, genau. Wenn ich jetzt... Hä, warte. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Okay, Donner ist ganz ohr. Warte. Vergesst es. Ich verhandle mich, Herr Kier. Wie du willst. Nur zu. Ein schneller, schmerzhafter Tod ist immer noch besser, als diese Farce weiter erdulden zu müssen. Möööö. Donner sagt nein. Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Also jetzt bin ich verwirrt. Ist das dein Ernst oder nicht? Jetzt hat sie ja gemacht. Sie hat genickt. Hast du gesehen? Ja, aber ich kann es kaum glauben. Das heißt wohl, dass du jetzt einer von uns bist. Herzlichen Glückwunsch. Ähm. Rufus. Rufus. Der wusste eben noch unseren Namen. Das sind nicht viele. Zwei bislang. Wie auch immer das vonstatten ging. Kann ich jetzt mich bewegen? Ja. Jetzt kann ich auch die Turnierhand nehmen. Lol. Achso, achso, da unten. Ja, Turnierhand. Bin ich jetzt wirklich nur für diese Turnierhand? Meine eigene Turnierhand. Wow. Wow. Hätte ich mir auch sparen können. Also mit Donner rede ich nicht nochmal. Wink. 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 So, mit der Turnierhand. Gehen wir jetzt zu Garele in die Kneipe und der sollte uns das Passwort. Äh. Passwort. Klopfzeichen. Verraten. Hoffe ich mal. Dun-dun-dun. Dun-dun-dun-dun. Dun-dun-dun-dun. Ba-dun-dun-dun. So, ich hoffe, das fällt jetzt nicht auf, dass ich... Äh, Fische um ins Essen. Äh, Lutsche. Äh, fresse, mach Scheiß drauf. Darf ich nochmal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. Komm, jetzt zeig ich mal unsere Schnick-Schnack-Schnuck-Künstler.